Ja, Hallihallo ihr Lieben, gerade brandneu verkündet worden von Herrn Wüst, Frau Merkel, Herrn Scholz und auch Herrn Müller. Die neuen Auflagen und jetzt ist es endlich soweit, auch einmal für die Unterstützer dieser Maßnahmen, die hier jetzt auf den Plan gerufen werden. Ich bitte euch alle, euch solidarisch am heutigen Abend auf die Balkone und vor die Haustüren zu stellen und laut Beifall zu klatschen für unsere neue und auch alte Bundesregierung. Der kleine Henrik aus Nordrhein-Westfalen tritt in die Fußstapfen von Angela Merkel und zeigt sich dankbar in seiner Ansprache, dankbar für das, was Frau Merkel in 16 Jahren erreicht hat. Und es ist soweit, liebe Leute, wir treten eine neue Zeitzone an, meines Erachtens eine Zeitzone, die es schon einmal gab in diesem Land. Und alle, jeder einzelne von euch, liebe Leute, mit Regenbogenfarben in den Profilbildern Black Lives Matters, ACAB, all colors are beautiful. Und die ganzen Klimaaktivisten, die für jeden Bums mittlerweile auf die Straße gehen und die Schule schwänzen, bravo, immer schön dem Strom folgen und gerne auch so weitermachen. Die Ungeimpften sind die Bösen in diesem Land und sie sollen es auch zu spüren bekommen, so eben die Worte von unserem zukünftigen Bundeskanzler. Die Ungeimpften müssen ausgegrenzt werden. Zwei gehen nahezu allen Lebensbereichen und zwar langfristig die einzige Möglichkeit. Denn die Ungeimpften sind ja bekannterweise dafür verantwortlich, dass die Inzidenzzahlen explodieren. Sie sind diejenigen, die das Infektionsgeschehen ausmachen. Die Bösen, Ungeimpften, die bereits seit Wochen schon überall in dieser Gesellschaft ausgegrenzt werden, sich jeden Tag aktuell testen und damit nachweisen, dass sie eben diesen Virus nicht in ihrem Körper tragen aktuell. Liebe Leute, wenn hier nicht schleunigst etwas passiert und der ein oder andere anfängt, seine Murmel mal für die wichtigen Dinge einzuschalten und weiter der Regierung applaudiert, dann dürfte es dunkel werden in Zukunft und zwar nicht nur für die Ungeimpften einen entspannten Nachmittag.